Part Der Teil Diese Teile eines Autos müssen regelmäßig kontrolliert werden. Opposite Das Gegenteil Das Gegenteil von interessant ist langweilig. Der Unterschied Ich sehe keinen Unterschied zwischen dem Original und der Kopie. Normal 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 working hours in Britain are from 9 to 5. Die normale Arbeitszeit geht in Großbritannien von 9 bis 17 Uhr. Like Wie Es sieht aus wie Gold, ist aber keines. As So wie Genauso wie Robert ist genauso intelligent wie sein Lehrer. Then As Als Leon ist erst 15, aber größer als sein Vater. Alex ist Lehrer, arbeitet aber als Fußballtrainer. Trainer Zusammen Zusammen Die ganze Familie war endlich wieder zusammen. Only Wir waren nur zu zweit gegen fünf von ihnen. We Die Art und Weise Weniger zu essen ist die beste Art und Weise abzunehmen. Reason Der Grund Ich verstehe deine Gründe, aber du solltest dich entschuldigen. To In order to Um Zu American football players wear helmets to protect their heads. American footballspieler tragen Helme, um ihren Kopf zu schützen. Dad took the clock apart in order to repair it. Papa nahm die Uhr auseinander, um sie zu reparieren. Because You can't get a driving license because you aren't 17 yet. Du bekommst keinen Führerschein, weil du noch nicht 17 bist. How Wie It doesn't matter what you say, but how you say it. Es spielt keine Rolle, was man sagt, sondern wie man es sagt. Nearly Almost Fast Sue 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 hatte einen schweren Unfall und wäre fast gestorben. Only a few more days. Our holiday is almost over. Nur noch ein paar Tage. Unsere Ferien sind fast vorbei. Hardly Kaum They like their teacher, but have hardly learned anything at all. Sie haben ihren Lehrer gern, aber kaum etwas gelernt. To Also Auch I know the book, and I've seen the film too. Ich kenne das Buch und habe auch den Film gesehen. Linda spricht Englisch und Französisch und auch etwas Deutsch. When Wann When do we arrive? Wann kommen wir an? Why Warum Why don't you come up for a minute? Warum kommst du nicht für eine Minute rauf? What Was What did you do last night? Was hast du gestern Abend gemacht? Which Welcher 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 Welches 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 book do you want? Welches Buch willst du? Who Wer Who told you that? Wer hat dir das gesagt? Who Wen Who can you see there? Wen siehst du dort? Who Wem Willst du etwas schenken? How Wie How do I get to the station? Wie komme ich zum Bahnhof? Where Wo do you live? Wo wohnst du? Where Wohin Where are you going, David? Wohin gehst du, David? David You Anybody british Vall G Who are you going, David? chief 幸 ha on Verse great kid on